So, moin, willkommen zum letzten Unboxing dieser Reihe, und zwar der The Journey Below Streaming Event Reihe, also auf diesem Kanal, weil das habe ich nicht bestellt. Das hier ist das I Survived The Journey Below T-Shirt, genau, zwei T-Shirt gab es auch noch, für mich, habe ich mir gekauft. Das sieht so aus, genau, und dann sehen wir uns gleich, wenn ich das Ganze einmal aufgemacht habe und wir hier einmal reingucken können, wie das Ganze aussieht. Genau, auch bei diesem hier, ähm, äh, wieder aus der Merch Line zum Streamen, die gibt es inzwischen, also die gibt es nicht mehr, ich packe euch den Link zur Beethoots Playlist in die Videobeschreibung, da könnt ihr euch dann gucken, was wir noch von Beethoots ausgepackt haben, das ist inzwischen schon das eine oder andere. Genau. Das Ganze hier ist auch ein T-Shirt, ich glaube, es gab noch ein anderes T-Shirt, nicht richtig, aber die hat, die hat, die hat, die hat, die hat, die hat, das hatte kein Backprint oder sowas. Ich glaube, das war das. Genau, hier wieder auf der, äh, rechten oberen Seite, Beertooth, The Journey Below, und zwar in so einer, in so einer, eingesaugten Schrift. Von der Qualität her ist das T-Shirt wie das, äh, Assetless T-Shirt, also es fühlt sich gut an, es fühlt sich wertig an, sehr wertig an, meine Güte. So, und hinten drauf haben wir hier oben Beertooth, dann 14.07.21, Beertooth, hier unten wieder, und hier wieder das Datum. Und hier, I Survived, The Journey Below, Beertooth, hier ist wieder I Survived, der äußere Rand ist I Survived, der innere Rand, The Journey Below, Beertooth. Und genau, finde ich sehr schön, ich mag dieses, ich mag, ich mag dieses Muster. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich, wo ich mich sehr gefreut habe, wo ich auch wirklich, äh, eine Zeit lang jetzt aufgewartet habe. Ähm, genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, haut rein!